Es ist ein ganz besonderes Jubiläum, denn in diesem Jahr wird die WBG 100 Jahre alt. Was wünschen Sie der WBG Zukunft für die kommenden Jahre? Alles Gute und dass möglichst alle Wohnungen vermietet sind und dass wir solche Ereignisse wie heute Mittag, einen neuen Spadenstich für den Wohnungsneubau, dass wir davon noch viel in den nächsten Jahren haben. Was spricht für den Erfurter Noten als Wohnort? Vieles. Hervorragende Infrastruktur. Es ist eigentlich alles vorhanden. Sie können mit der Straßenbahn und mit den Bussen in die Innenstadt fahren. Es gibt Ärzte, es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Drogerien, was man sich wünscht. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit der entscheidende Standortvorteil, insbesondere zu den ländlichen Bereich um Erfurter herum. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Erfurter Noten auch in den nächsten Jahren Wachstum wieder ein wird. Sehr geehrte Frau Wuttke, Dr. Stöckicht, Frau Bürgermeisterin Tierbach, liebe Mietervertreter, liebe Genossenschaftler, Geschäftspartner, liebe Gäste aus nah und fern, von meiner Seite auch herzlich willkommen auf der heutigen Abendveranstaltung anlässlich des 100-jährigen Bestehens der WBG Zukunft. Genau heute, vor 100 Jahren, wurde die WBG gegründet, damals noch unter dem Namen Gartenstadt. Aber wie gesagt, es sind heute genau 100 Jahre. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Jahre und bin sehr stolz darauf, auf das, was die WBG bisher geleistet hat. Inzwischen in Erfurt Wohnungen zu vermieten und auch Wohnungen neu zu bauen, ist ja auch ein schönes Geschäft. Sie können sich daran erinnern, in den letzten Jahrzehnten musste in den 90er Jahren rückgebaut werden. Alle haben davon gesprochen, dass Erfurt schrumpft. Seit einigen Jahren wissen wir das ganze Gegenteil ist der Fall. Erfurt wächst. Wir haben im Jahr 1.000, 1.500 neue Einwohner. Die wollen alle Wohnungen haben. Die versuchen sich hier anzusiedeln und der Bedarf an Wohnungen wird die nächsten Jahre noch steigen. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute auch einen Spatenstich vollzogen haben für den ersten Wohnungsneubau der WBG Zukunft seit über 30 Jahren. Ich hoffe, es werden noch weitere Spatenstiche folgen. Ich bin darauf fest von überzeugt, weil ich betrachte es auch als sehr, sehr wichtig, dass auf dem Wohnungsmarkt in Erfurt Genossenschaften und Kuro eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ungefähr die Hälfte aller Wohnungen sind im genossenschaftlichen Eigentum. Ich glaube, das ist auch unter sozialen Gesichtspunkten von dem Wohnungsmarkt ganz, ganz wichtig. Deswegen danke für alles, was Sie getan haben. Heute Abend eine schöne Feier und viele weitere schöne gemeinsame Veranstaltungen. Weitere Bilder und Informationen finden Sie auf unserer neu gestalteten Homepage unter www.wbg-zukunft.de Caridio Image und Eventfilm Produktion